hallo und herzlich willkommen zu rocket league ihr seht die suche läuft beitritt läuft oh gott ich bin so aufgeregt wird aufgeregt wir haben mit dabei don hoxton ja mann wir haben dabei solid gender und den toast agent hallo und die püppi ja noch mal bei drei wieder auf auto oder was geht's ja ich wollte auch nicht machen ich kann sie ja gar nicht bewegen In dem Fall. Du guckst schon. Ah! Nein! Tolle, du doofi! Gar nicht. Guckst du nicht, dass der so schwer ist, aber gut. Ja, das ist ein Basketball, der ist der Band eben auch nicht einfach. Nein! Oh nein! Ich glaube, ich habe den selber reingemacht, ne? Okay. Guck, 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 guck. Auf jeden Fall ist er ein richtiger Tor. Ich wollte gerade sagen, da hat er sein Hinterteil ausgefahren. Naja, geht okay. John, du fährst? Ja. Oh, ich bin recht zusammen, ey. Boah. Sorry, solid. Gimmie boost, gimmie boost, gimmie boost. Gimmie boost, gimmie boost. Gimmie boost, gimmie boost. Wuh! Oh, das ist ja echt. Oh! Oh! Das gibt's doch gar nicht. Oh, nicht mehr raus, ey. Was ist hier los? Was ist hier los? Machst du wie die Asiaten jetzt? Oh! Oh! Ich fahr. Ich fahr, ich fahr. Achtung! Wie! Wo ist dein Kind? Wo ist das Tor? Ach, da. Oh, kann das sein, dass wir langsamer sind? Nein. Ganz normal. Gibt's doch gar nicht. Entschuldigung. War die perfekte Vorlage. Ja, ich weiß. Entschuldigung. Da haben sie ein bisschen die Mangel genommen. Entschuldigung. Pippi, du fährst? Ja. Jetzt geht's, also jetzt mache ich keinen Spaß mehr. Jetzt, jetzt fließt Blut. Ist ja auch die passende Arena dafür. Ja. Oh, nö. Kann Spiky. Wie? Erdichtung. Wie kam der Gladiator. Ich hasse euch. So einen großen Ball hätte ich auch immer gerne beim richtigen Spiel. Ich hasse euch. Dann verpeil ich den wenigstens mit. Ich hasse euch. Hast du schon gesagt. Wir spielen nie wieder mit euch. Aber wir kaufen dir das nicht ab. Richtig, richtig. Wunderballen. Verschiedenen Farben. Ach so, wenn er blau wird. Ach so, wenn er blau wird. Wie klaut der mir den Boost hier vor mir? Nein! Jo! Ach, das kann ja nicht sein. Gott. Ja. Nächster mache ich die Spielanstellung und dann fordert ja eine Revanche. Äh, Pippi? Ja. Ich habe das Gefühl, seit wir 5 Minuten sind. Wir müssen wohl zurückliegen, dass wir das Spiel nicht mehr hoch gewinnen werden. Glaub ich auch nicht. Jaaaa! Jaaaa! Nein! Der Ball ist viel zu schwer, der Ball. Der steht ganz gut für dich. Ui! Oh, ich fahre falsch. Ah! Faltest du wieder hin? Weg da! Oh nein, du hast diese blöde Hand! Los dann! Los dann! Los dann! Dann wäre ich jetzt welcher, aber ich habe durch die Gegend geschickt hier. Ich habe... Oh, er wird wieder orange. Das ist so schön. Der leuchtet. Oh, was mache ich denn in der Luft? Ich bin doch auf dem Ball. Ich bin doch nicht im Zirkus. Geh nicht ins Licht. Geh nicht ins Licht. Jaaaa! Oh! Oh, wie gemein. Ne! Zollet, ich hasse dich. Vorn ist total ruhig. Ja, ich... Ich spreche auch genug Hass für beide aus. Das kann nicht sein, ey! Ja, aber echt, ey! Das kann nicht sein. Pass auf, Sonne, jetzt spaltet der Clan. Ja. Es gibt keine MSG mehr. Oh. Oh, oh. Los! Nein! Oh. Sonne! Fahr doch mal anständig hier, aufzutrinken. Wollst du? Komm, Pipi! Ah! Gibt's doch nicht! Gibt's doch nicht! Alter, was weh. Boah, ich rast aus, ey. Mach deinen Scheiß! Boah! Nein! Das kann nicht sein, ey. Gib mir falsch. Batsch! Doch, das ist das Ende der MSG hier. Das Ende des Spaltungs. Wir haben beide fahren. Komm, beide fahren. Komm, beide fahren. Oh, 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 jetzt hat sie mir weggeschnitten. Ja? Ja? Nein! Geh doch mal weg jetzt! Danke für den Booth. Man will's dir doch nichts. Na klar. Quatsch. Fahr doch gleich. Quatsch. Wartung! Wartung! Ja! Ja, Pipi! Ich habe mich noch ein bisschen bewegt, ey. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Wie ich da dran vorbeifliege immer. Nein, Solid! Verzieh dich doch jetzt mal! Hasse dich! Oh! Schön gerettet. Geh weg! Geh weg! Geh weg! Geh weg! Oh! Ja! Verrasstet! Die hat mich gefummt! Doch, doch mal! Ja! Ja, wir hassen dich nämlich jetzt. Don! Rein mit dem! Komm schon! Nein! Abdelfen! Das ist ja zum Kotzen. Leute. Der Ball war zu schwer. Ja, der Ball war einfach zu schwer. Ich hätte gerne das Fähnchen. Ja, kriegst du gleich. Genau, wir machen weiter. Wir machen weiter. Du kannst sofort einstellen. Und da warten wir eben bis Püppi dann fällig hat. Zum Gruppenleiter benennen. Und jetzt macht Püppi mal eben. Wie mache ich das jetzt? Du hast noch 40 Sekunden Zeit. Du hast noch 40 Sekunden Zeit. Wie mache ich das jetzt? Viel Einstellungen. Wo denn? Ach nee, das kann nur ich gerade machen. Okay, geht zurück. Ja, dann musst du zurück ins Hauptmenü. Okay, komm, dann geh mal ins Hauptmenü. Das ist egal. Oh, ich bin... Oh, ich bin... Oh, ich bin... Ich bin jetzt... Oh, ich bleib... Ich bin... Ich hab gar nichts. Jetzt machst du fertig, komm. Ich mach's jetzt fertig. Oh, ich mach's jetzt fertig. Hat denn da so ein Disco-Wagen, sag mal? Na, ich? So ist die auch gerade gefahren. Disco. Wer kennt's nicht Disco? Ich bin ja richtig. Das schmale Hemd, ey. Schöne Grüße. Genau. An der Stelle. Och, schick. Ja, sehr interessant. Auf jeden Fall, solche Spiele spalten den Clan. Absolut. Ich glaube, das könnte eine wahnsinnige Allianz zwischen Pippi und mir werden. Das Preset von den Autos hab ich die Uli genannt. Weiß nicht, warum. Uli? Ja, Uli. Warum auch immer. Weiß nicht, keine Ahnung. Burli, Burli, Burli. So, ich glaube, ich bin fertig. Gut, wir können. Alles klar, weiter geht, weiter geht, weiter geht. Der hat links und rechts drei Uhr liebend. Jetzt machen wir euch fertig. Wir waren noch nicht so lange vor euch. Ich bin so prastig auf den Pisser. Genau. Na, da war es. Genau. Äh, Solid, äh, Don, wir gehen jetzt mal in, in, in Orange. Okay. Dann gehen wir in Blau. Boah, was ist das für eine Map? Mach die. Boah, nee, echt jetzt? Ja. Einen kleinen Ball? Boah, das ist doch wieder unspielbar. Finde ich jetzt nicht. Nee, ist jetzt nicht unspielbar. Achtung! Pass auf, pass auf, kommt gleich was. Oh ja, kommt was. Ja, was ist das? Also der Solid hat sich nur gewünscht, dass wir den mal... Trin! Na ja, Achtung, 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 Achtung! Drin! Nein! Ich bin gegen die Wand. Ich bin auch an der Wand. Ähm. Ähm. Hui. 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 Oh, ich soll wieder hinkriegen, ey. Oh, oh. Der Solid wollte fliegen. Wenn ich dich mal erwische würde, den Ball. Ja, toll. Mal wieder wüscht, gegen Fliegen, schön. Wo bin ich denn? Hui. Ich kriege mein Auto nicht mehr unter Kontrolle, super. Ich kriege gar nichts mehr unter Kontrolle. Ich finde das witzig. Geh weg, Solid! Das gibt's doch gar nicht. Ich breng's so raus, ich breng's so raus. Ich kann sie nicht. Ich hab's noch so gerettet. Wer fliegt denn da? Ich. Ich. Ich wollte nur was genauer zu kriegen, aber das funktioniert nicht. Ach, scheiße, der war ja noch gar nicht unten. Ja, die Schwerkraft ist niedrig. Oh nein, oh nein. Oh ja, oh ja! Jawoll! Jawoll, 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 jawoll! Ja, freut euch nicht zu viel. Ah, war eine gute Vorlage. Okay. Ja. Wuh! Boah! Hurrika, hurrika! Das ist so unglaublich, wenn ich hier abgehe, ey. Nein, 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 nein! Hehehe, hoi! Boah, knapp! Aber er kommt, er kommt. Nein! Vorbeigeflogen. Wir müssen jetzt auf einmal langsamer. Ja! Ja, Püppi, schön gemacht. Jawoll. Wie! Schöne Bude, Püppi. Ja. Guck mal, meine Schwerkraft fliegt da rum. Ja? Was war das? Warum? Ja, die Schwerkraft ist niedrig. Oh, wartet mal ab. Hey, wir gestorben. Oh, wartet mal ab. Oh, wartet mal ab. Oh, wartet mal ab. Oh! Hau ab! Nein! Oh nein, es tut mir leid! Der sitzt. Nein, der sitzt nicht. Aber jetzt sitzt er. Jetzt sitzt er. Doch, er sitzt. Der sitzt. Hat er noch einen Acht im Ärmel. Uh! Weeeee! Wie flotzt! Wie flotzt! Ja! Meine Güte! Nein! Ja, ich krieg die Krise! Wir sind drin, drin, drin! Jawoll! Das kommt mit unserer schnellen Steuerung einfach. Ich auch nicht, ich auch nicht. Guck, wie ich schon den Ball rumfahre. Das ist der Hammer! Oh Gott, ey! John? Ja, ich versuch's. Uiuiuiuiui! Komm mal runter, ey! Ist das geil! Oh! 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 Nein, der ist nicht so, der ist abgeprallen! Hm! 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 Verdammt! Was war das denn jetzt? Oh, jetzt wollte ich gerade ran an den Ball. Oh! Oh! Das ist einfach zu hart, ey! So, aber wir machen wir bei der nächsten Folge! Oh, geil! Spreng mal! Spreng mal! Oh, ne! So, Leute! Oh, das ist einfach zu hart! Aber wir sehen uns beim nächsten Mal! Wir machen weiter Rumble! Yo! Alles klar! Bis dahin, macht's gut, Leute! Tschüss! Tschüss! Tschüss!